so ich bin zuhause und jetzt gehen wir erstmal zu brand wie wieder sagen hallöchen und genau dann wenn wir erst mal sagen dass es darum jetzt erstmal so genau ich möchte die bündniskarte einsehen genau und wenn kester genau kriegen wir hin so und dann unterhalte ich mich jetzt gleich nochmal mit hatem und ab in den süden geht es dann ich habe es ganz überlegt kurz überlegt aber ich glaube hier mit valka da warte ich nochmal so nimm dies das dient deiner sache mehr als meinen taschen ein weiteres du bist wirklich sehr tüchtig als zeichen meiner dankbarkeit sollst du dies haben es gibt noch mehr zu tun okay ich muss gehen dann gehe in frieden so so ich würde sagen ich gehe mal dahin und dann gehe ich von da und sprich kurz sag schon kurz mal rüber also hier einnehmen ja genau das meinte ich ach so ach so ne hier ist nix doch eine fette kiste und ich finde kippen feld finde ich finde einen schlüssel für jedes truenschluss dann ja wo ist denn hier wieder die schlüssel für so eine tour so alle mitnehmen und in die richtung müssen wir okay so schön mal kurz wieder nieswandweil gehabt ach ja ich liebe es an sich gar nichts aber trotzdem ich werde schön ich meine das ist wirklich so ich sehe nicht viel im sinne von kommt hier noch ein weg rüber oder nicht wirklich ne genau los doch okay nee lass mal nee lass mal lass mal ich kenne mich ich habe da mal bock drauf aber ich versuche jetzt mal diesmal das jetzt nicht so zu machen so hier schön hin reisen und dann müssen wir jetzt irgendwann hier gleich mal abgehen weil irgendwo hier ist es taphona oops okay mein Wenn ich den Point hat, den ich habe, dann, ne, wie immer, Vorsicht. Es macht so viel Spaß. Wir sind hier, Alter, zu scharf, Pferde, wa? Von 20 Stück. So, erstmal hier. Okay, da kommen wir so nicht ran, also. So. Machen wir erstmal das hier. Hallo hier. Hoch oben auf dem Berg ist er in die Festung. So. Äh. Ja, ja. Es passiert nix. Wir sind wieder mal da abkettet. Oh. Oh, den werde ich mir auch gleich mal holen, wa? Sofern er gleich noch da ist. Was ist denn das Ding? Oh. Oh. Da ist das. Das heißt, ähm, das heißt eigentlich auf der Seite. Achso. Okay. Schwups. Erstmal wegsprengen. Und dann können wir die nämlich mitnehmen. Genau. Ist klar, spring einfach ganz nach oben. So. Fährt der, äh, läuft der hier eigentlich noch rum? Da ist er. Äh, ich, ich wollte, ich soll es eigentlich nicht machen, aber ich kann wieder nicht wieder stehen. Okay. So. So. Okay. 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 Das kann ich von dir aufbauen. Zack. So. Und dann kann ich mich gleich um den Kastbarkörper auch noch kommen werden? Wo ist denn der? Nach da hinten. So. Einfach kann es jetzt laufen. Okay. Okay. Mhm. So. So. Okay. Wo los alter? So. So. Und go. Ähm. Ja. Eigentlich. Das war eigentlich nicht ganz so geplant. Aber hell auch. Wie immer. Ne. Wenn man nicht widerstehen kann. Aber die beiden machen jetzt richtig Wumms, ne? Wenn du da weißt wie sie um sich schlagen, dann einfach nur noch abwarten und immer zu und dann weg. weg. Die Kombo aus den beiden Echsen ist äh. gut gewählt, würde ich sagen. Bleibt ihr einfach stehen oder was, ey? Und ich muss noch links überholen. Unglaublich, ey. Oh. Ja. Das Problem ist, die sind uns ja nicht wirklich hier gut gesonnen, ne? Also die sind ja nicht unsere Fans. Globo-Caster. Ja. Alter. Das Pferd macht mich manchmal curl. Und nein, ich wollte nicht kämpfen, sondern ich will da einfach nur hoch, den Point annehmen und dann gleich weg. Obwohl ich mal davon ausgehe, dass ihr eh keine Chance mehr habt. Klingt jetzt echt eingebildet, ne? Ja. Yippee. Da, das ist sehr richtig. Ja. La, das ist so schön. Ich finde es sehr schön. Ja. Ja. Ich finde es so schön. Ja. Alter, hier stehen jetzt alle fünf Meter einer oder was? Wo ist ein... Achso. Steht unser Pferd hier dann noch? Hier war es. Ja. Steht da wirklich noch, ne? Ja! Okay, die lassen uns irgendwie schon in Ruhe, aber irgendwie nicht so wie sie wollen wahrscheinlich, ne? Alter, was ist denn das hier für ein riesen Bau? Oh. Nicht schlecht. Sehr schlecht. Achso. Hier komme ich wieder nicht runter, ne? Ernsthaft? Unglaublich, dass man da nicht rüberkommt, ne? Da muss ich hin. So. Amtonscher entdeckt. Hey! Ah! Ah! Hallöchen! Zeig es mir. Ich kann es nicht fliegen. Unglaublich. Ey, 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 ey. Ja! 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 mal wie gesagt, wie gesagt, eine kleine Reise. 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 einmalig aufgepasst und man ist tot holy shit alter okay das ist geil das ist geil was ist denn dieser eingang okay irgendwie da auf den kann man irgendwie auf dem baum klettern das ist schon wieder ein geiles ist denn hier ein ach da okay wenn man nicht weiß ne brauche ich nicht so jetzt aber nehmen wir mal das alles hier mit ich sag ja wenn man weiß was man machen muss ne das war jetzt schon wieder das war schon wieder okay vielleicht mal so probieren genau so relay dann hier auch und zack da müssen wir uns wahrscheinlich gleich mit bär anlegen ne 340 in hamtun shir okay also das heißt auf jeden fall jetzt einmal komplett durchreisen außer ich hätte jetzt bock von der seite ne aber habe ich nicht also wir werden uns jetzt definitiv auf den weg dahin machen so